Sehen deine Landungen in Brakepoint so, so oder so aus? Dann schau dir jetzt dieses Video bis zum Ende an, um zu lernen, wie du ein Flugzeug in Ghost Recon Brakepoint richtig landest. Los geht's! Die Flugzeuglandung in Ghost Recon Brakepoint besteht im Grunde aus sechs einfachen Schritten. Schritt 1. Richte das Flugzeug aus. Das bedeutet zweierlei Dinge. Zum einen bedeutet es, dass du frontal auf deinen gewünschten Landepunkt zufliegst. Zum anderen bedeutet es aber auch, dass du bereits tief genug fliegst, um sicher landen zu können. Also dass du nicht zu steil fliegen musst, um überhaupt den Boden zu berühren. Schritt 2. Einfach aufhören Gas zu geben. Also einfach den Finger vom Gas lassen. Schritt 3. Leite nun einen langsamen Sinkflug ein. Nicht zu steil, aber auch nicht zu flach. Am besten richtest du das Flugzeug so aus, dass du eigentlich ein bisschen über deinen gewünschten Landepunkt hinaus fliegen würdest. Aber nur ganz minimal. Schritt 4. Wenn du kurz vor deinem Landepunkt bist, trittst du auf die Bremse. Also drückst die Taste zum Schub verringern. Und gleichzeitig ziehst du die Nase des Flugzeugs hoch. Die Höhe verlierst du dann ganz automatisch. Schritt 5. Das langsame Aufsetzen passiert eigentlich automatisch. Aber du musst noch weiter bremsen, bis das Flugzeug steht. Und Schritt 6. Der wird häufig gerne mal vergessen. Auch von mir. Warte noch kurz, bevor du aussteigst, um sicher zu gehen, dass das Flugzeug auch wirklich steht. Denn wenn das Flugzeug noch nicht richtig zum Stehen gekommen ist, fährt es einfach weiter geradeaus. Oder wenn du schon ein bisschen zu lange auf die Bremse gedrückt hast, fährt es einfach rückwärts weg. Und gerade wenn es rückwärts wegfährt, ist es sehr schwer, da nochmal einzusteigen, um das Teil zu sichern. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Flugzeug ausrichten. Aufhören Gas zu geben. Langsamer Sinkflug. Schub verringern und gleichzeitig hochziehen. Weiter bremsen, bis das Flugzeug steht. Und kurz warten. Abonnier auf jeden Fall meinen Kanal, wenn dir das Video weitergeholfen hat. Und schreib mir in die Kommentare, wenn du weitere Fragen zur Landung von Flugzeugen in Ghost Dragon Breakpoint hast. Ich wünsche dir einen guten Flug, eine sichere Landung und bis zum nächsten Mal mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.